Ein Verbot der chinesischen Video-App TikTok stößt in Deutschland auf Ablehnung. Zugleich werden aber Forderungen nach strengeren Datenschutzkontrollen laut. Eine kürzliche Anordnung hat alle Reisepässe von Regimemitarbeitern in Wuhan für ungültig erklärt. Man vermutet, dass das Verbot darauf abzielt, potenzielle Whistleblower in China einzusperren. China stockt über Hongkong Computerchips auf, bevor die Handelssanktionen der USA auf der Halbinsel in Kraft treten. Herzlich willkommen bei China im Fokus. Ich bin Evelyn Li. Ein Verbot der chinesischen Video-App TikTok, wie es von US-Präsident Donald Trump geplant wird, stößt in Deutschland auf Ablehnung. Zugleich werden aber Forderungen nach strengeren Datenschutzkontrollen laut, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Man nehme mögliche Gefahren durch TikTok sehr ernst und habe bereits eine Untersuchung des europäischen Datenschutzbeauftragten gegen TikTok angeregt. Das sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Michael Theurer, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Neben politischer Zensur nach den Wünschen der kommunistischen Partei, bereitet uns der Datenschutz bei TikTok die größten Bauchschmerzen. Es ist absehbar, dass die App deutlich nachgebessert werden muss. Für eine Verbotsforderung sei es jedoch zu früh, sagte Theurer. Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Achim Warmbach, sagte der Zeitung, es gebe viel zu bedenken. Darunter Sicherheitsinteressen, Datenschutz und Wettbewerbsfragen. Er sagte weiter, die zuständigen europäischen Datenschutzbehörden sollten zeitnah den Vorwürfen des Datenmissbrauchs nachgehen. Die dazu eingerichtete Arbeitsgruppe des Europäischen Datenschutzausschusses reiche nicht aus. Aus rein wettbewerblicher Perspektive wäre es zu bedauern, wenn mit TikTok ein Wettbewerber im Markt für Kundenaufmerksamkeit ausgeschlossen würde. Und nun zu China. Nach Angaben des chinesischen Landwirtschaftsministeriums sind die sogenannten Seracris-Kiang-So-Heuschrecken in diesem Jahr von Laos nach China gewandert. Das Ministerium erklärte, dass die Insekten früh beginnen und häufig und zahlreich seien. Die Migrationsperiode könnte von Mitte bis Ende August dauern. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge hat die Häufigkeit der Migration dieser Heuschrecken aus dem Ausland in den letzten fünf Jahren zugenommen. Es könnte zu einer neuen Normalität werden. Ein Video zeigt Wolken von Heuschrecken, die über den Himmel über der südwestchinesischen Provinz Yunnan fliegen. Drei Tage später stellte man fest, dass ein Maisfeld befallen war und viele der Pflanzenblätter bereits gefressen wurden. Ein Dorfbewohner aus Yunnan dokumentierte die Situation vor Ort. Er sichtete die Insekten und bestätigte, sie waren ausschließlich Heuschrecken. Herr Dau, ein anderer Dorfbewohner, sagt, dass die Einheimischen weiterhin Pestizide versprühen. Aber es sei schwierig, so viele Insekten auszulöschen. Er sagt, das Gebiet sei seit etwa einem Monat geplagt. Wo auch immer Heuschrecken hingehen, sie fressen alles. Ganz gleich, ob auf den Feldern Mais oder Reis angebaut wird. Aber am liebsten fressen sie Bambusblätter. Chinesischen Medien zufolge sind diese Heuschrecken im vergangenen Monat von Laos in das Grenzgebiet von Yunnan gezogen und haben über 8000 Hektar Ackerland befallen. Das sind mehr als 10.000 Fußballfelder. Zuvor haben lokale Heuschreckenkatastrophen unter anderem die nordöstliche Provinzen Jilin und Heilongjiang sowie die südwestlichen Provinzen Hunan und Guangxi heimgesucht. Die chinesischen Behörden verschärfen die Kontrolle von Reisepässen. Eine kürzliche Anordnung hat alle Reisepässe von Regimemitarbeitern in Wuhan für ungültig erklärt. Im Internet vermutet man, dass das Verbot darauf abzieht, potenzielle künftige Whistleblower in China einzusperren. Das Büro für öffentliche Sicherheit in Wuhan gab kürzlich eine Mitteilung heraus, in der bestimmte Bürger aufgefordert werden, ihre Pässe abzugeben oder für ungültig zu erklären. Sollten sie weder das eine noch das andere tun, werden ihre Pässe entzogen. Zu den Betroffenen gehören Mitarbeiter von staatlichen Organen, staatlich kontrollierten Unternehmen und Institutionen. Die Anordnung soll am 1. August in Kraft getreten sein. Aber Wuhan ist nicht das einzige Gebiet, das den Schritt angeordnet hat. Ein Regierungsbeamter aus der Region Xinjiang sagte gegenüber Radio Free Asia, dass es allen chinesischen Beamten untersagt sei, einen eigenen Pass zu besitzen. Menschen aus anderen Provinzen berichteten ebenfalls, dass ihre Passanträge abgelehnt wurden. Die Behörden haben die Bearbeitung der Anträge eingestellt. Entweder wegen der Pandemie oder aufgrund des Vorwands, dass die Einreise in andere Länder zu gefährlich sei. Am 20. Juli erließ das chinesische Justizministerium ein Gesetz. Demnach werden Regierungsbeamten für jegliches Fehlverhalten bestraft. Laut Artikel 31 ist es unter anderem nun strafbar, wenn Beamte China verlassen oder unerlaubt Ausreisepapiere bearbeiten. Verstoßen sie gegen das Gesetz, kostet es ihnen ihren Arbeitsplatz oder Amtstitel. Ein chinesischer Wirtschaftswissenschaftler veröffentlichte die Mitteilung von Wuhan auf Twitter und schrieb, es wird zu spät sein, wenn sie China jetzt nicht verlassen. Ein anderer Nutzer kommentierte, dass der Grund darin besteht, das Auftauchen einer zweiten Yanli Meng zu vermeiden. Sie beziehen sich auf die chinesische Virologin und Whistleblowerin, die in die USA geflohen ist. Dort deckte sie auf, wie die kommunistische Partei Chinas den Virusausbruch vertuscht hat. Nun zu den Entwicklungen des Virus in China. Im äußersten Westen der Region Xinjiang nehmen die Virusfälle weiter zu. Xinjiang ist die Heimat der uigurischen Bevölkerung Chinas, einer ethnischen Minderheit. Jetzt ist die Region streng abgeriegelt. Nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleineren Gebieten nahe der Grenze. Die Abriegelung ist so streng, dass ein Radfahrer angehalten wurde. Die Behörden verweigerten ihm die Ausreise. Der Fahrer hat ein Video in sozialen Medien veröffentlicht und um Hilfe gebeten. Da sagte er vor mit dem Fahrrad in Richtung eines kleinen Bezirks in Xinjiang. Aber die Behörden hielten ihm auf halbem Wege an. Also fuhr er zurück. Aber die Behörden am anderen Ende ließen ihn auch nicht hinein. Daher könne er nirgendwo hingehen und auch nicht aus Xinjiang ausreisen. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Es ist kein Transportmittel verfügbar. Alle Landkreise und Städte wurden abgeriegelt. Wenn man einreisen will, ist das nicht erlaubt. Wenn man ausreisen möchte, lassen sie einen auch nicht gehen. Als das Video online ging, schlief der Mann bereits seit drei Nächten unter einer Brücke. Es gibt nichts, was ich tun kann. Kein Essen und kein Trinken in der Nähe. Ich bin seit über zehn Stunden am Verhungern. Peking schickte Überwachungsinstrumente und tausende von Strafverfolgungsbeamten, um Xinjiang abzuriegeln. In der Zwischenzeit haben die chinesischen Medien nur sehr wenige Informationen über den Ausbruch des Virus veröffentlicht. Die Behörden waren nicht in der Lage, den Ursprung des Ausbruchs zurückzuverfolgen. Und die Anwohner sagen, dass sie unter zunehmend strengerer Kontrolle stehen. In der Hauptstadt Ödemqi sagen die Anwohner, dass die Behörden Papiersiegel verwenden, um die Menschen in ihren Häusern zu halten. Die Behörden verbieten ihnen, das Siegel zu brechen und ihre Häuser auf eigene Faust zu verlassen. Jetzt sind die Bewohner bei der Lieferung von Lebensmitteln auf Freiwillige angewiesen. In einem Interview mit chinesischen Medien sagte ein Bewohner, wenn Freiwillige kommen, um Lebensmittel zu liefern, entfernen sie das Papiersiegel. Nach der Lieferung kleben sie sie wieder auf. China stockt über Hongkong Computerchips auf, bevor die Handelssanktionen der USA auf der Insel in Kraft treten. Chinesische Importeure kaufen über Hongkong mehr Computerchips. Dies geschieht mit der Aussicht auf US-Sanktionen auf der Insel, die den Handel erheblich erschweren werden. Die Re-Exporte von Halbleitern über Hongkong nach China sind in der ersten Jahreshälfte um 11 Prozent gestiegen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Die Re-Exporte, das heißt die Ausfuhr von ausländischen oder importierten Waren, stiegen allein im Juni um 21 Prozent. Der Handel mit Hongkong macht über 38 Prozent der gesamten Chip-Einfohren Chinas aus. Nachdem Peking Hongkong das nationale Sicherheitsgesetz auferlegt hatte, hob die US-Regierung den Sonderhandelsstatus Hongkongs auf. Dadurch wird der künftige Kauf in Computerchips für chinesische Unternehmen wie Huawei, Xiaomi oder Lenovo erschwert. Der Hongkonger Verband für Elektronik und Technologien schätzt, dass es 300 Firmen gibt, die sich auf diesen Handel spezialisiert haben. Er sagt, dass Handelsunternehmen in Hongkong darüber nachdenken, neue Büros in Indien, Vietnam und Kambodscha einzurichten, um weiterhin an chinesische Kunden verkaufen zu können. Eine Verlagerung wird jedoch kostspielig sein. Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass die neuen Regeln eine Lieferblockade für China verursachen könnten. Dies wiederum würde zu höheren Transaktionskosten für die chinesische Technologieindustrie führen. Das FBI untersucht, ob das chinesische Regime versucht hat, sich illegal Informationen über die Virusforschung von amerikanischen Universitäten zu beschaffen. Eine der betroffenen Universitäten ist die University of Texas in Austin. Strafverfolgungsbeamte teilten den Universitätsbeamten mit, dass die Untersuchung nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston in der vergangenen Woche erfolgt. Das Konsulat wurde unter dem Vorwurf der Spionage geschlossen. Die Universität ist in vielerlei Hinsicht an der Virusforschung beteiligt. Sie verfolgt die Verbreitung des Virus im ganzen Land und ermittelt die mikroskopische Struktur des Virus. Letzte Woche gab die Universität einen Durchbruch bekannt, der die Impfstoffentwicklung beschleunigen könnte. Sie hat ein Schlüsselprotein des Coronavirus neu konstruiert. US-Beamte untersuchten Anfang des Jahres die Beziehung der Universität zu chinesischen Forschern, einschließlich des Labors in Wuhan. Zwei Hacker, die mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung stehen, werden beschuldigt, mehrere US-Unternehmen ins Visier genommen zu haben. Eines der Opfer ist ein führender Entwickler von Virusimpfstoffen. In der vergangenen Woche hat das US-Justizministerium eine Anklage gegen zwei chinesische Staatsbürger veröffentlicht. Sie werden der Spionage in den USA beschuldigt. Eines ihrer Ziele war das Biotech-Unternehmen Moderna. Moderna ist ein führender Entwickler und Forscher von Impfstoffen gegen das KPC-Virus. Anfang des Jahres geriet Moderna ins Visier der Hacker. Es wird vermutet, dass diese mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung stehen. Moderna hat seinen Sitz in Massachusetts. Die Trump-Regierung hofft sehr, dass das Unternehmen einen Impfstoff herstellen kann und unterstützt dessen Forschung mit fast einer halben Milliarde Dollar. Moderna bestätigte, dass sie nach dem Vorfeld bereits mit dem FBI in Kontakt standen. Modernas Sprecher sagte, dass das Unternehmen weiterhin sehr wachsam gegenüber möglichen Bedrohungen der Cybersicherheit sei. Sie unterhalten mehrere Teams, um wertvolle Informationen zu schützen. Das FBI und das US-Gesundheitsministerium lehnten es ab, weitere US-Unternehmen, die im Visier der chinesischen Hacker standen, bekannt zu geben. Hier bei China im Fokus widmen wir uns der wahrheitsgemäßen und unvereingenommenen Berichterstattung. Vergessen Sie nicht, uns für die neuesten Updates zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.